Hallo ihr Lieben, hallo du liebe Seele, für dich heute eine Botschaft aus der geistigen Welt. Du siehst, es sind hier die Sterne gefallen, die dir ganz klar auch zeigen, es soll jetzt mehr Klarheit in dein Leben kommen, es soll immer klarer werden in deinem Leben und vielleicht möchtest du auch deine spirituelle Seite mehr ausbauen, mehr entwickeln deiner spirituellen Seite, mehr Zuwendung schenken und hier auch etwas heilen. Innerhalb der nächsten 16 Wochen mögest du dich hier mehr auf dich konzentrieren und das zeigt dir hier auch der Hund. Sei dir immer mehr treu und pflege auch deine Freundschaften. Vielleicht hast du in letzter Zeit deine ganzen Freunde, Mensch und Tier ein Stück weit vernachlässigt, hast dich vielleicht viel zu sehr auf etwas anderes fokussiert und konzentriert. Vielleicht warst du auch mit deinen Gedanken immer woanders und gar nicht bei dir. Hast dich also in deinen Gedanken mit irgendjemandem oder irgendetwas beschäftigt, aber eben nicht mit dir und hier möchte dir ganz klar der Hund auch sagen, komm wieder mehr zu dir, sei dir selber treu. Was brauchst du, damit es dir gut geht, damit hier auch die Klarheit kommen kann, die, die dir Sterne sagen. Die Sterne sagen dir, du bist auf einem guten Weg, du bist dir schon treu. Du fühlst immer mehr hier auch die Verankerung in deinem Leben. Das ist so und es wird auch immer mehr Verankerung kommen. Und wenn du hier bei dir bleibst, in der Treue zu dir bleibst, dann kommt auch letztendlich die Verankerung zu einem anderen Menschen. Vielleicht möchtest du ans Wasser gehen, an den Hafen. Vielleicht möchtest du eine Bootstour machen, eine Schifffahrt machen. Vielleicht möchtest du an einen See, um dich wieder auch zu erden, um wieder bei dir ganz anzukommen. Vielleicht möchtest du auch hier mit den Sternen ein Mondritual machen, gerne mit mir. Regelmäßig alle zwei Wochen mache ich ein Mond- und ein Sonnenmondritual. Vielleicht möchtest du dabei sein bei dieser Anrufung, damit wir hier auch das Karma ablösen und die ganzen Verstrickungen auflösen und das Herz wieder öffnen. Es geht jetzt darum, wirklich in die Verankerung zu dir zu finden, wieder dich zu verwurzeln, dich zu erden und aber auch die Verankerung zu deinen Freunden hier zu finden, die dich auch vermissen. Vielleicht auch wirklich neue Hobbys zu machen, neue Freundschaften dadurch auch zu knüpfen und wieder in deine Weisheit zu kommen. Die Sterne zeigen dir auch die Weisheit. Ganz liebe Grüße, du lieber Engel, alles Liebe auf deinem Weg. Deine Claudia Deine Claudia Deine Claudia Deine Claudia Deine Claudia Deine Claudia Deine Claudia